Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Dein Termin ist morgen in sechs Wochen. Wenn du bis dahin die Rat nicht bezahlt hast, musst du hier raus. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Haben Sie noch irgendwas aus dem Wagen rausgeholt, bevor es gebrannt hat? Sie? Wer ist hier noch? Niemand. Du bist hier ganz allein auf dem Hof? Nein. Ich habe 21 Schweine, 3 Säule, 17 Ferkeln. Ich wusste gar nicht, wie fest die Federn an so einem Huhn dran sind. Ich kann nicht länger hierbleiben. Ich bin krank. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das tut mir leid. Könntest du in Zukunft kotzen, ohne dich zu entschuldigen? Ja, das mache ich.